Sie waren jetzt eine Woche mit den Wirtschaftsjunioren. 170 Leute aus den Wirtschaftsjunioren ganz Deutschland im Deutschen Bundestag. Also mir hat es Spaß gemacht, mal zusammen Sie ein bisschen als Gast im Büro zu haben. Sie haben ja ein ambitioniertes Programm hinter sich gehabt. Hat es Ihnen eigentlich gefallen? Ja, mir hat es sehr gefallen, weil der ganze Motor, der dahinter steckt, den kriegt man ja gar nicht richtig mit. Also es ist schon sehr wichtig, dass man den Eindruck auch hinter die Kulisse hat, einfach auch bei den Fachgesprächen dabei ist. Und das war eine rundum gelungene Veranstaltung. Also dass man einen gewissen Einblick hat, wie läuft der Laden eigentlich, wie funktioniert er. Das Programm nennt sich ja auch Know-how-Transfer. Also es soll schon ein bisschen auch Austausch von fachlichem Wissen kommen. Sind wir dazu richtig gekommen? Also wir haben gemerkt, man ist natürlich in so einer Sitzung immer sehr gehetzt. Man hetzt von einem Termin zum anderen, dann kommt der parlamentarische Alltag dazu. Haben Sie ein bisschen Know-how von dem, was so den Politikbetrieb mitmacht, haben Sie mitgekriegt? Ein Gespür habe ich dafür entwickelt bzw. auch kennenlernen können. Das hat mir sehr gut gefallen mit Ihnen. Es ist ja auch so, dass die Wirtschaftsunion mit dem Know-how-Transfer auch ein bisschen Wirtschaftsthemen in die Politik mit hineinbringen wollen, um einfach das Gespür auch von Seiten der Abgeordneten hinzubringen, dass halt junge Führungskräfte und Unternehmer sich austauschen können mit direkt einem Abgeordneten. Wunderbar. Also dann finde ich, hat sich die Woche durchaus gelohnt. Dann wünsche ich mal ein schönes Pfingstfest und man sieht sich dann mit Sicherheit auch entweder als Politiker oder als Lobbyist wieder. An irgendeiner Stelle kämpft man für irgendwelche Interessen. Jawohl, alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.